herzlich willkommen zurück bei let's play final fantasy 14 und ich bin schon was weiter voraus bei der eine rede übersprungen weil ich schon mal die klasse auf 15 bringen wollte und das hat ewig lange dauert und das wollte ich nicht antun ich mache mich jetzt einfach mal auf den weg in die bollwerkstelle und wir sollten vielleicht noch dazu sagen wir haben mittlerweile auch schon unsere zweite klasse hochgespielt zumindest auf 15 ja das hatte ich ja gerade erwähnt deswegen ihr seht bei mir wenn er magier moment bei mir ich kann werden zurzeit auf marodeur und halt auf meine angepisten rüstung hier die sie wirklich quitte gelb außer die hose bei mir werdet ihr jetzt erstmal kein waldläufer sehen sondern nur noch den magier weil ich schwarz magier machen möchte ja bei mir im pikini pikini halt weil herr dragona ne oh ja dann macht du mal deine rede ich warte dann hier in ulda rede könnt ihr bei ihm sehen leider überspringen er hat mich gezwungen so jetzt geht's los ja ich hab dich gezwungen wollte seine berufe nur weitermachen ja ich entschuldige der anklage ich habe sogar beruf hochgemacht ich bin noch arbeitslos sozusagen wo eintreten jetzt geht's los bei mir für eintreten mit ton ja ja da guckst du gerne hin du nicht sag mal nix könnten ja weiblich zuschauer haben zu vertreten das spricht für deine fähigkeiten ich glaube ich muss mir die stimmen erhöhen die stimmen dort stärken tust nicht macht was sehr sinnvolles steht vor der nächsten rede und ich bin nur eisrag ich führe den stadtstaat ich führe den stadtstaat und die flotte des mahlstroth das ist ein name eh admiral merle wird die blau für uns zu wenig das wird deutsch wird deutsch und worum geht es also ach ja worum geht es denn um mich geht es selbstverständlich wir müssen du ich bin 20 jahre alt bitte reden sie langsamer und so weiter alles begann als die galea auf die idee verfielen die ganze welt müsse sich ihrer herrschaft bohlen ach ich will das jetzt nicht alles vorlesen das hört man doch alles nein das wird nicht für mich vertont der anfang wird nur vertont da trage ich mich wozu die an die lippen bewegen da könnte man gleich hier nur so einen komischen text hinschreiben wie bei worte war kraft und fertig zug 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 da da taug für die morde für die morgende horde bleibst du zu durch worte auf die schikonchen talk und die ganze nacht wahrscheinlich noch mir tut der nacken weh das geht immer gar nicht ich bin ja wie ein idiot eisra wegen die am spam mit meiner sexy brille das gute ist ich habe immer noch ein skill geklaut von meinem weitläufer meine herren die können hier labern das ist wahnsinn wie ein wasserfall na ja du wachst du willst das von mir hier kriegst ein bisschen eisra und eisra so das sind wir jetzt erledigt und jetzt geht es erstmal weiter nach ulda 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 die wüstenstadt und dann gibt es die erste inni oder auch nicht je nachdem hab keinen plan wie der kreis verlauf nochmal gehen ja ich will nach ulda nein bleibt mir weg ich habe nicht umsonst einen spieß auf dem rücken dann kann ich nicht wegspießen nein doch und ich dann schön auf dem barbeque grillen das tut auch auer mein druidisch ist ein gummi ja ich hab noch ein inventar voller fressen wenn man sieht ältigkeit konstitution präzision hp plus 10 prozent bekochtes ei halloween kürbis alles von mir gekriegt alles kostenlos vielleicht auch sammelsangier von mir bekommen zum fischen heiligkeit konstitution ich will nach ulda ja lasst mich rein lasst mich rein ich bin ein star wohin ins probably big browser haus oder was bloß nicht ganz ehrlich ich würde mir sowas nie antun nie ich habe es wohl nicht angeguckt so warte mal woher müssen wir hin in der arena arena glaube ich ne yo ich bin schon gut gesättigt ich warte auf dich oder pikanier ist hier kannst du mal sehen ja bei mir ist sehr spannend wenn ihr es bei mir guckt sachen nichts tun du bist schon vom nichts tun fertig war komplett fertig kennst du ja von deiner arbeit her ich bin schon fertig nach über eine halbe stunde nur einloggen wie heute zum beispiel wieder ne eu server dauern weshalb auch immer so dann quatsch mal mit dem bartolomeo mh vielen dank offizielle siegel ja von gridan ja so ich weiß nicht wie es bei dir ist aber ich habe hier zum teil eine sekunde verzögerung drinnen weiß nicht ich höre den typen gar nichts du musst deine fähige frau sein die hintergrund des musik ist so laut ich weiß ich muss bei mir auch nicht die stimme hören willkommen im sultanat ulta ich bin rauma an altin lass mich raten jetzt die stimme weg bei mir noch nicht ja denkfeier also weiß wie es sich nicht ja weiß ich eine gedenkfeier melde vielleicht so ja struppigen wolf genau wolf ja ich bin auch ein strupiker wolf wunderkunde ich sage es gibt ein paar dinge die die übergaben galia wissen und sollte Naja, mit dem Großarm, mit Magie-Tech-Technologie. Naja, wissen überragende Macht, das Kaiserreich ist übrigens gar nicht vom Regierenden Kaiser war, sondern in der Republik. Und monatelang, äh, ne, momentan ist die Lage gespannt, weil der Kaiser schon über 80 Jahre alt ist. Respekt, der Regierende ist ja fast wie bei uns hier die Queen, ne? Ja, bei uns die Queen, ja, ist klar. In England, beziehungsweise in Großbritannien. Wir haben Angela Merkel als Queen, wenn schon. Als Swag-Queen vielleicht. Ja, wieder aufbauen, sowas. Primae, Primae, Primae. Ja, die 14. Legion. Gibt ja auch eine Gelde, die 14. Legion. Sehr einfallsreicher Name. Oh ja. Wie lange laberst du noch? Hast aber viele Namen im Gesicht. Du kannst mal sehen, wie schlecht er ist. Wir töten ja unsere Gegend, bevor sie uns verletzen können. An mich kommen sie gar nicht erstmal ran. Die trägt auch eine sexy Brille, wie mein Scherr. Augengläser. Jawohl, mein Herr. Mein Captain, nur Captain. Ach, aber das Equipment hässlich wie eh und je. Also, ich finde vom Magier, also, tauchen wir zurück, geht das irgendwie, wenn du meins ansiehst. Wuhu, ich kling auf die Luftschiff. Juhu, Wahnsinn. Hauen wir das doch mal sofort, äh, warte mal, in den Tag, wo war's hier? Ja, okay, du siehst echt, echt, ähm, sexy aus. Wurst. So. Könnt ihr mal das... Ich kann das so noch besser aussehen. Guck dir das mal an. Hm. Extrem angepisst bin ich. Sieht man ja auch. Nein! Du bist der gelbe Power Ranger. Mit der fetten Axt auf dem Rücken, ja. Auf jeden. Wo ist der Rote? Haben wir nicht, ich hab nur den Grün. Hahaha. Moment, ich muss jetzt mal die System-Konfi einstellen. Ja. Muss ich auch mal machen, so, System-Konfiguration, Audio, sehr interessant. Von Stimmen, 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 Stimmen. Ich muss die Hintergrundmusik einfach runterstellen. Nee, die ist nicht laut genug, äh, sehr laut, aber ich muss die Stimmen deutlich erhöhen. Mach jetzt mal auf, äh, 70 bei mir. Ja, das müsste ausreifen. Den Hintergrundmusik möchte ich schon noch haben. So. So. Wollt ihr mal gemein noch ein Stück lauter? So? So. Jetzt müssen wir zum Meer und Meer. Warte. Muss überhaupt hier der Aufzug-Werter. Wollen müssen wir zum Luftschiff-Landeplatz? Wir müssen, was steht denn da? Freiprobeauftrag? Warte mal, übernehmen. So. Achso, der Knallkopp, ihr fandet da noch eine Quest. Warte mal. Jetzt sind meine Sounds zu laut. Was ist das hier für ein Spiel? Ich war, ich teleportiere mich da einfach hin und dann ist gut. Ich kann mich nicht teleportieren, ich habe die Punkte nicht. Warum hast du die nicht geholt? Ich bin schon, dass ich das vergessen habe. Jetzt, wo ist dieser... Wo ist dieses blöde Luftschiff? Äh, habe ich vergessen. Du bist so fähig wie eine Banane. Das ist ja fast ein Kompliment. So, also ich bin schon in dem Salon. Äh, was? Nein, warte. Warte, stopp. Ich muss nur noch mit Badron reden. Nein, warte. Warte, stopp. Ich geh schon mal in die Kneipe. Ey, lass mir ein Bier über. Was? Wie geh mich denn dazu? Gebt mir mein Bier. Schade, dass man hier kein Bier saufen kann. Das wäre doch ein geiles Gimmick gewesen, ey. Dass man hier in die Theke gehen kann und sich ordentlich in die Binde kippen kann. Wenn man schmeckt. Und dann wie und wie und wie irgendwann beim Brau festkotzen, ne? Zum Beispiel. Ach ja. Dauert das wieder lange? Aber das ist was im Moment so schön ist durch den Zauberabsturz. Ey, das ist nicht so voll. Ja. Aber das ist aber auch wieder scheiße, wenn du jetzt in den Indies rennen willst. Ja, das stimmt aber trotzdem. Na gut, da müsste ich jetzt auf Tank umswitchen dann. Dann dürfte es endlich gehen. Ey, du willst ja schon ein Pikanier weitermachen. Ja. Damit ich irgendwann mal Tragona werde. Insofern musst du auch Gladiator machen. Wusstest du es? Dann soll ich Gladiator machen. Keine Ahnung. Ah, da bist du ja. Ja, ich bin schon da. So, ich quatsch schon mal mit Baderon. Ja auch. Hast du eigentlich eine Stufe 15 der Quest gemacht? Ja. Ich nicht, meine es ist so schwer. Warum? Weil wir mich zwei Bogenschützen angreifen. Wenn die Stufe Fragezeichen, Fragezeichen sind, mache ich mir schon Sorgen. So, Quest ist abgeschlossen. So, Geheimnis der Sastascha-Hülle. Danke, dass du mir helfen willst. Ja, die Sastascha-Hülle habe ich schon mal gehört. Ja, ich kann gerne nachschauen, wenn du möchtest. Ja, kann ich machen. Gerade so, noch mit letzter Kraft. Oh. Selbstverständlich, wenn du uns ein Bier dafür gibst, dann... Gehen wir sofort los. Ahhoi, Captain. Ah, Kommandant. Captain Rainer, ne? Kommandant Rainer, ist er. Sehen wir aus dem Captain. Finde ich auch, der sieht aus wie ein Captain. Oh, Captain. In der Höhle geschickt. Ah. Aha, die Sichtung eines Schiffes. Er kann keine Einheiten entbehren, deshalb muss er Abenteurer hinschicken. Weil die besser sind. Billige Arbeitskraft. Ja. Die brauchen ja nicht bezahlen, wenn sie sterben. Oder irgendwas anderes. Bevor sie sterben, noch bezahlen. Du kriegst ja nur per Nachnahme dein Geld hier. Ja, ja. Nicht Zinsen. Ja. So, jetzt müssen wir faire... Achso, jetzt müssen wir Richtung Bierhafen, ne? Ich habe den Bierhafen ja schon in meiner Liste hier drin. Ja, ich nicht. Ich muss erst mal generell hier ein Eterit finden. Ach, dann kann ich ja schon mal, äh... Ne, oder doch? Mache ich schon mal die erste Freibrief-Quest? Ja, ich bin nämlich schon angeholt. Ne, warte dann auf mich. Okay, dann war's ich bei den Freibriefen. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich nochmal da hinkam. Dafür muss ich ins untere... Ne. Ja, du musst zur Angelgilde musst du sozusagen. So. Ja. Die ist gleich dann am Herzen. Vom Hafen. Ich muss jetzt gucken, untere Decks muss ich. Ah, hier ist der Aufzug zu fester. Oh, der hat eh noch ein Öl-Quest, also von daher. Alt-Foet-Pestier. Alt-Full-Weil. Alter-Full. 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 Alter-Full.